Ich kann doch mal sehen, ob ich das jetzt hinkriege. Ja, Scheiße. Ja. 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 Ich weiß nicht, wie man das schaffen soll. Wie man den da jetzt mal klein kriegt. Das ist viel zu schnell immer alles. Also Stich kannst du auch vergessen. Schmetterer meine ich auch. Wollte ich auch haben. Nicht Stich, Schmetterer. Genau, nicht Stich, Schmetterer. Wird das Schrotflintenkram. So, vielleicht gibt es ja irgendwie eine Möglichkeit, die zu erledigen. Schmetterer. Ja, ne, kannst du auch vergessen. Ja, ja, okay, gut. Und jetzt bin ich wieder tot. Jupp. Und das Ganze nochmal. Ich bin so froh, wenn ich die Scheiße hier durchhabe. Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiße hier. Kann ich jetzt irgendwie gleich was... Ich weiß immer noch nicht, was ich damit machen kann. So, bringt mir jetzt zwar nichts. Ich weiß nicht, was ich... Ich weiß nicht, was ich... Ich weiß nicht, was ich... Oh, come on. Oh, come on. Ja, ich bin schon wieder so gut wie tot. Ja, das bringt hier alles doch nicht. Dree bringt nichts, Slada bringt nichts, damit kriege ich ihn nicht. Ja, ich bin schon wieder so gut. Ja, ich bin schon wieder. Ja, super, jetzt bin ich ja wieder halb tot. Oh, jetzt habe ich mich selbst hochgejagt. Oh, Mensch. Alter, was für eine Pissmission hier. So, jetzt machen wir mal was anderes hier. Jetzt will ich mal kurz hier hinten umgucken. Ob ich hier hinten noch irgendetwas gibt. Oh, ich bin schon wieder. Oh, ich bin schon wieder. Was hat er denn jetzt immer als Ziel markiert gehabt? Oh, ich bin schon wieder. Okay? Okay. Ah, nee, kacke. Ich weiß auch, ich habe bis heute herausgefunden, was diese komischen Kugeln da immer. Ja, genau das meine ich. Ja, jetzt sage ich, ich habe meinen Leser nicht verloren und... Yo, Subi! Ähm, Dreh wollte ich gar nicht haben. Ich wollte Griff haben. Aber macht auch kein... Guck, ich bin schon wieder fast wieder tot. Ach so, ja. Ja. Ja, und jetzt bin ich wieder tot. Ja, danke. Toll, weil ich da nicht rübergekommen bin. Subi. Und jetzt kann ich die ganze Scheiße nochmal machen. Ja. 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 Ja, gut. Jetzt... Ja. 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 Das ist ja das Problem, ich komme gegen diese Scheiß-Schwebefusses hier nicht an. ich habe schon die hälfte meiner liebsten die verloren habe noch nicht ein von ihnen getötet ja und jetzt bin ich wieder tot ja und tot klar ja so wie geiles ding ich mache jetzt mal was anderes das gleiche so wie bei salvador sollte ich da unten einfach irgendwo hinstellen und dann da einfach immer drauf baller und so das funktioniert hier ja nicht weil die schwebefuzzis ja leider überall hinkommen deswegen weiß ich auch nicht wie ich das schaffen soll ich hatte jetzt einfach mal so die überlegung dass ich jetzt na na ja 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 so warte mal nicht wir machen jetzt einfach mal lauter so so wo ist der typ denn jetzt zu mir so So und jetzt kommen diese Typen hier an. Seht ihr jetzt? Ja. Oh pschala. Ach scheiße habe ich mir das hier geschadet. Das bringt nichts. Ähm. Oh pschala. Oh pschala. Die laden sich ja immer wieder auf. Guck mal jetzt haben die wieder volle Lebensenergie. Ich weiß nicht wie ich die schaffen soll. Oh pschala. Ne? So und jetzt renne ich hier hoch. Jetzt ziehe ich mir hier die Lebensenergie. Okay. Oh. 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 Jetzt bin ich wieder tot. Ja. Oh. Also ich weiß nicht, wie man das schaffen soll. Ich weiß es nicht. So, ich beende jetzt den Part. Ich mache das nur noch mit Trina. Bis dann.